Auf der Woche, jetzt fängt dann wieder die kalte Jahreszeit an und somit haben die Gebüsse wieder Arschgehalten. Die soll man nicht einfach so ins Pferde, weil eigentlich schön ein bisschen kleines Winner gehen. Und deshalb machen wir es hier so, dass es einfach unter das warme Wasser ein bisschen runterhalten. Und jetzt ist es eigentlich schon warm. Keine Ahnung.